Hey Leute und willkommen zurück zu Figment, einem, ja, grafischen Kunstwerk. Und wir sind jetzt hier im Großhirn in der Stadt, wir sind dem Bürgermeister begegnet und schauen jetzt mal, was es hier noch so gibt. Wir müssen durch das Portal, haben hier letztes Mal auch noch etwas mitgenommen, was haben wir geholt? Ein Sämling. So, noch können wir da noch nicht rein, müssen noch etwas mit dem Sämling machen. Vielleicht können wir auch hier noch die ganzen Klüven befreien, vielleicht bringt das noch irgendwas. So, ansonsten mal hier unten lang. Aus des Stresses. Naja, soll man hier noch stumpf sind? Was auch immer. Die Mite ist in einem Rolf-State, aber was musst du damit tun? So, gleich müssen wir alle haben. Wenn es denn überhaupt irgendwas bringt. Hier ist auch noch eine. So, eigentlich müssen wir jetzt alle haben. Naja, scheint nicht viel zu bringen. Gehen wir mal noch hier unten lang. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Hier müssen wir vielleicht den Sämling platzieren. Das ist nämlich fruchtbare Erde. Der ist direkt gewachsen. Damit kommen wir jetzt hier rüber auf diese Insel. Und können... Noch mehr verdammte Treppen. Ausgang zum... Äh, zu Freiheitsinseln. Gehen wir da mal hin. So, die Freiheitsinseln sind hier auf der rechten Seite, wie es aussieht. Ah ja. Genau. Und uns erwartet natürlich wieder eine wahnsinnig lange Treppe, wie es aussieht. Ja. Ah, Frieden, Miles. Isn't it great to be back in the creative part of the mind? Nää. Nää. Please, cheer up, big guy. Hmm, no one's home. Okay, hier is niemand. So. Oh, wer bist du denn? Let's find out. Okay, erstmal rausfinden, wer das war. Vorher mal noch hier an der Turntür. Klopfen. Der Pestmann. Aha. Der erwartet uns hier unten also. Der verpestet unseren Verstand. Der Pestmann. Schau dir später, Jungs! Das war der Schmerz, den der Relic gesprochen hat. Du sagst nicht. Roter Batterieanschluss. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall wieder eine Batterie. Deswegen läuft auch... Ah ja, hier, das läuft nämlich im Moment noch nicht. Gehen wir also erstmal die rote Batterie suchen. Oh, was ist das denn? Oh, das macht gut Schaden hier, dieser aufgeladene Schlag. Den werden wir mal öfter benutzen. Und die rote Batterie. Oh, jetzt haben wir eben die Power geklaut. Vielleicht können wir eine grüne da reinmachen. Ne? Ne, das funktioniert leider nicht. Lass uns mal die rote wieder reinsetzen. Oh, mein Power ist weg! Ich und meine Brüder sind die stolzen Guardian der Teeprechen. Lass uns mal den Teil des Tee machen. Deswegen spielt das im Moment keine Rolle. Aber das hier ist wichtig. Die Geist ist komplett durch all diese verdammten Gas. Die grüne Batterie müssen wir hier reinsetzen. Ah ja, damit machen wir hier wieder Platz. Hier unten gibt es noch eine blaue Batterie. Die müssen wir hier hochdrehen. Ah ja. Holy Moor! Zähne fallen vom Himmel! Ich dachte, ich habe die Angst vor den Diensten schon lange vorgelegt. Das dumme Ding ist in Ordnung. Gib es mal einen Blatt! Ach, jetzt müssen wir wieder zurück, weil wir keine rote Batterie mehr haben. Ja, das Eis schmilzt. Halb geschmolzenes Eis. So, okay, wir haben den Griff. Wir brauchen die rote Batterie. Hier können wir den Griff einsetzen. Das funktioniert nicht. Es ist vermischt. Es ist gehandelt. Das sollte sich fixieren. Was bringt uns das? Achso, wir können das hier drehen. Jetzt können wir hier hoch über diesen... ...über den verkehrt rumliegenden Tausendfüßler. Laufen wir jetzt einfach mal hier nach oben lang. Wer wohnt denn hier? Was? Boah? Boah? Boah! 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 Ah, pass mal auf. Boah? Jetzt? Boah! Das müssen wir hier hinten. Boah! Nochmal. Nein. Okay, ich verstehe es nicht. Boah. Dieses Dunkle. Boah. Ja. Sorgt dafür, müssen wir immer hin und her rennen, oder was? Boah. So, jetzt ist es dahin. Ne, ich glaube, es ist wirklich einfach immer nur hin und her. Boah. Einmal hier. Jetzt werden wir wieder hier hoch. Boah. Jetzt gehen wir wieder hier unten hin. Ne, ne, ne. Boah. 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 So, jetzt müssen wir theoretisch hier hinten klopfen. Wenn die... Boah. Wenn die Theorie stimmt. Das Dunkle müssen wir dann die Tür wechseln. Boah. Ja. Jetzt hat er sich wieder gefordert. Jetzt klopfen wir wieder hier. Boah. Jetzt müssen wir wieder die Tür wechseln. Boah. Jetzt hat er sich... Genau. Jetzt müssen wir hier unten wieder klopfen. Hier. Ne. Ne. alt. Eins muss... Ach so. Ach so, pass... Ja, okay. Er sagt uns im Prinzip das Nächste an. Jetzt müsste es hier wieder funktionieren. Ja, und nochmal hier. Ja, und nochmal hier. Jetzt müssen wir drüben klopfen. Nochmal hier. Jawohl. Jetzt müssen wir hier unten wieder klopfen. Jetzt müssen wir wieder auf der anderen Seite klopfen. Oh, eine Erinnerungskugel. Erinnerungsmembran. Ja, wir haben das Rätsel gelöst. Sehr schön. Ha, du brauchst deinen Teddy zum Schlafen? Du bist so ein Baby, sagte Todd. Todd scheint also unser Bruder zu sein, irgendwie. Geil. Okay, wenn wir die Batterie brauchen, wäre aber leider. Ich hätte gerne die Musik noch ein bisschen länger gehört, aber wir müssen leider wieder zurück. So, wir müssen nämlich hier unten lang. Schöne kleine Rätsel zwischendrin. Oh. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Mal noch vollgeheilt. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, der Pestmann. Ah, die müssen wir hier erschlagen, glaube ich. Aber nach oben. Zack. Das ist die Lösung. Und ich glaube, jeder dritte ist... Genau. Der hier wieder. Ich glaube, man könnte den Pestmann Aureal als Karius bezeichnen. Der Kerl, er fliegt deeper in. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Oh ja, wir können hier angeln, im Prinzip. Das ist eine wunderschöne Pflanze. Ich verstehe. Und deswegen brauchen wir das Seil mit Haken. Ja, was ist der Fakt? Jetzt können wir wirklich angeln. Zack. Oh, oh, oh. Ja, wir müssen warten, bis der Wurm wieder weg ist. Zack, jetzt. Und wenn er jetzt rausguckt, dann ziehen wir hoch und nehmen uns den Wurm mit. So, Ausgang zu den hellen Ebenen. Wir verlassen das Gebiet. Das ist eine smarte Apple. Oh, die Karte ist gerade schon wieder ein bisschen größer geworden. Kann das sein? Sieht so aus. Wir sind auf der nächsten Insel. Und ich dachte mir, was? Wenn die Minder stoppt, um die Ukulele zu spüren. Wettbewerb von Talent, wenn du mich fragst. Aber... Wir sind da. Auf den hellen Ebenen. So, wir müssen hier rüber. Jetzt müssen wir mal warten, bis diese schwebende Insel zurückgekehrt ist. Das ist nämlich unser Transporter. Zack. Oh, was ist das hier auf dem Boden? Okay, weiß man nicht. Hey, komm zurück hier, Stinkbremse! Das Wurm wird nie zuhörern, oder? Oh! Ja, alle Nachtmärze sind das gleiche. Hörer. Oh, 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 da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Das war... Ops. Zufall. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte erst oben gucken. Hoffentlich kommen wir auch wieder hoch. Ach, hiermit kommen wir wahrscheinlich hoch. Das Katapult schießt uns natürlich hoch. Hey, Dusty! Das Tee bietet eine strange Flöte. Oh ja, eine goldene Flöte. Wie kommen wir da dran? Wie kommen wir da dran? Ach, komm. Noch wieder so ein Vieh. Zack. Oh, jetzt hat's hier Nebel gemacht. Hä? Hm, der Sparf-Rodin scheint nicht tot zu bleiben. Ach so, wir kriegen den das. Wenn nicht, das schade. Ja, und hier wollte ich eigentlich nicht den Nebel haben. Mist. Aber wir können noch im Moment noch ein Stück weiter hier. Na, lass den mal da rumkotzen. Was ist denn hier mit dem Schneckenhaus hier? Nix. Ja, das müssen wir weitermachen. Jep. Das ist die Lösung. Und wir kriegen die Flöte. So, und jetzt hau mal ab hier. Ich muss die Flöte mitnehmen. Okay, wir haben die Flöte. Jetzt können wir uns mit dem Katapult hier wieder hochschießen. Oh, nichts. So. Dann ist doch gut, dass wir da unten erst lang gegangen sind. Ah, jetzt sind sogar zwei, ja? Aber dieses kriegt man, glaube ich, jetzt hier klein. Ja. Zwei auf einmal. Wir haben eine Tür. Keine Reaktion im Apfelhaus. Oh, mach Tee. Der Kettel ist bereits auf, Tee. Mal sehen, ob meine zwei Brüder haben da noch Tee gelegt. Definitiv nicht. Der Kettel ist breuen, Tee. Der Kettel ist bereits auf, Tee. Wir müssen, glaube ich, alle aktivieren. Das hier könnten diese Rätselsteine sein. Ich glaube, hier dran sieht man, weil das andere hatte auch so einen Stein. Der sah genauso aus. Oh, yes. Na ja, klar, dass die Flüte dafür zu gebrauchen ist. Oh, ein Schneckenhaus. Hey, yo. Danke, dass du die Brüder fixierst, Bro. Yo, Bro. Komm mal da irgendwie hoch. Da oben ist nämlich auch noch eine Tür. Was willst du, Bro? Okay, da kommen wir wohl nicht weiter. Nehmen wir uns hier mal den Griff. Hm, aber was ist das hier? Können wir hier vielleicht noch dran? Ne? Vielleicht ist jetzt hier eine Reaktion? Keiner scheint mir zu Hause zu sein. Nope. Leider nicht. Müssen wir wahrscheinlich später mal wieder hin. Im Moment kommen wir da nicht weiter. So, wir haben den Griff. Den konnten wir hier unten einsetzen. Also, wieder hier runter. Da können wir den einsetzen. Ah, damit können wir das Katapult drehen. Ja. Dann lass uns mal da rüber schießen. Gucken, wo wir landen. Oh, das scheint... Ja, das ist... Ah, hier wären wir nicht rübergekommen. Wobei da hinten... Ja, aber wir machen erstmal hier frei. Wir bauen jetzt erstmal hier... ...wieder alles zusammen. Hier brauchen wir eine orangene Batterie. Dann laufen wir wieder ein Stück zurück. Da ist nämlich noch ein Haus, mit dem man... ...an das verklaufen kann. Autsch. Vernichtet. So. Können wir die Platte hier mitnehmen? Nee, können wir nicht. Achso, ja genau. Die sind ja hier festgehalten. Aber wir haben hier die orangene Batterie. Ja, wir haben nämlich eine orangene Batterie in einem blauen Sockel gehabt. Deswegen ist auch kein Strom da. Also wir müssen hier die blauen Batterie finden und dort einsetzen, um dem Bewohner fürs elektrische Schlagzeug Strom zu liefern. Das sollten wir doch schaffen. Jetzt drehen wir das erstmal. Einmal. Jetzt kommen wir nämlich auch hier wieder zurück. So, mal hier klopfen. Ja, genau. Okay, das bringt uns nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier oben lang. Was ist das hier? Nöö. Ah, da müssen wir mal oben was draufsetzen. Hier ist die Platte. Das ist die Platte, die wir brauchen. Aber wir können auch mal hochfahren. Und erstmal hier oben gucken, ob es hier oben noch was gibt. Wieder einen orangenen Batterieanschluss. So, dann nehmen wir die jetzt mal mit. Hier können wir die nicht drauf machen. Nur von oben wahrscheinlich. Aber hier können wir die draufsetzen. Jawohl. Ah, hier gibt es nämlich auch keinen Halterung oben. Autsch. Zack. So, und jetzt können wir hier runterfahren. Bringt uns das was? Was haben wir denn dann hier oben erreicht? Nix. Ja, ist wieder ein Rätsel. Denke ich. Irgendwas muss es doch hier oben geben. Oder auch nicht. Nö. Ja, dann nehmen wir die wieder mit. Und gehen wir noch nach unten gucken. Vielleicht haben wir da noch irgendwo so ein Zahnrädchen. Bei dem noch eine Metallscheibe fehlt. Hier unten auf jeden Fall nicht. Ah, deswegen wahrscheinlich auch die Möglichkeit zurückzugehen. Weil wir jetzt die Metall Scheibe haben. und hier unten vielleicht jetzt eine Möglichkeit besteht. Ah, nee, nee, nee. Quatsch. Ja, ich weiß warum. Ich hab grad die Idee. Und zwar müssen wir das einmal hier nach oben drehen. Jetzt hab ich's auch verstanden. Wir müssen hier wieder mit dem Lift nach oben fahren. Ich muss es nämlich jetzt alles wieder ein Stück zurückbauen. So, die Metallscheibe wiederholen. Jetzt müssen wir hier runter. So. Jetzt schnappen wir uns hier die orange eine Batterie. Fahren hier wieder nach oben. Und jetzt scheint's auch, jetzt muss es jedem klar sein. Jetzt holen wir die Metallscheibe wieder mit. Fahren hier hinten wieder runter. und dort haben wir auch wieder einen orangenen Sockel. So. Jetzt kommen wir nämlich hier oben ran. Zack. Endlich, die Straße ist klar. Ja, wir holen uns das, ähm, fachsinnige, äh, Wimp. Was? Suche cleveren Insulten. Ja, aber hier scheinen wir jetzt den Level wieder zu verlassen. Das heißt, es muss eine Möglichkeit geben, mit der blauen Batterie, das, das checken wir jetzt noch. Das, da muss es eine Möglichkeit geben. Wir brauchen die blaue Batterie. Ach, jetzt muss ich ja hier wieder die Metallscheibe mitnehmen. Okay, das ist kein Problem. So viel Zeit muss sein. Wir müssen das testen. So, hier wieder runter. jetzt müssen wir die Batterie hier wieder einsetzen. Aber nicht, um hier oben frei zu blasen, sondern oben unten. Noch einmal. So. Jetzt können wir nämlich zurückrennen und ich glaube, wir kommen jetzt an die blaue Batterie dran. Ich bin nur gerade am überlegen, wo war die denn? War die hier oben? Ne, 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 die war hier unten, oder? Nein, ne, hier unten gibt es gar keine blaue Batterie. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Das Rätsel hier unten haben wir gelöst. So, hiermit können wir den drehen. Damit wir uns hier katapultieren, achso, damit wir wieder hochkommen. Ja, ganz klar. Einfach, damit wir wieder hochkommen. War hier oben noch eine blaue Batterie? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist auf jeden Fall noch der Kessel. Hier muss auch noch was sein. Hm. seltsam. Scheint auch nichts mehr zu sein. Aber warum können wir dann dieses Katapulten? Achso. Ah, ne, wenn ich hier den... Das bringt uns nicht weiter. Das war einfach nur, das war einfach nur, damit wir den Durchgang hier haben. Hier hoch. Aber irgendwo muss ja auch die blaue Batterie sein. nicht hochfahren. Oh nein, ich wollte nicht hochfahren. Ja, es scheint ein Rätsel zwischen mit den Häusern zu sein. Denke ich. Na, wir gehen mal weiter. Vielleicht kommen wir hier auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie vorbei. so, dass wir die Möglichkeit haben, ach, jetzt habe ich die Platte vergessen. So, dass wir die Möglichkeit haben, wieder die Rätsel zu lösen. Das sollte ja eigentlich drin sein. so, schade, hat unser Ausflug doch nichts gebracht. Pusten hier alles weg. Und bewegen uns zum nächsten Bereich. Den nächsten Bereich schauen wir uns gerne beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wird mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Bin mal gespannt, wer das Ganze noch bis zum Ende gesehen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.